Leckeres Essen, eine wunderschöne Atmosphäre und entspannte Musik gab es am Sonntag bei der Grillfete La Boeuf. An der Karl-Heise-Hütte bei Hilders fand das dritte Mal in Folge die Veranstaltung statt. Ob Trikolor-Bratwurst, Steaks, Pasta oder Pulled Pork Burger, für jeden Geschmack war etwas dabei, aber auch Kaffee und Kuchen gab es. Musikalisch gab es neben Beats von DJ Pion Mantri auch Live-Acts zu hören. Ausklingen ließ man den Abend beim gemütlichen Lagerfeuer. Musikalisch gab es Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020